Hey Leute, hier ist eure Bora. Ich möchte euch an dieser Stelle einfach mal meine neue Serie angezockt vorstellen. Ich dachte, ich probiere mal was Neues und möchte euch hier jeweils Spiele unterschiedlicher Genre vorstellen und werde diese anspielen und euch am Ende ein kurzes Review dazu geben, wie mir das Spiel entsprechend gefallen hat. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr selber vielleicht sogar mir Kommentare jeweils dazu schreibt, ob ihr diese Games vielleicht sogar selber habt, spielt, empfehlen könnt oder auch genau nicht empfehlen könnt und wenn ja, warum? Ich denke, da freut sich der eine oder andere, um sich vielleicht auch vor einem Fehlkauf bewahren zu lassen. Also ich würde mich freuen, wenn wir da so ein bisschen in Austausch kommen und einfach voneinander profitieren können von den Erfahrungen eines jeden Einzelnen. Weil, wie gesagt, alle Spiele kenne ich auch nicht. Das ist dann wirklich auch für mich Neuland. Was die Genres angeht oder generell die Games, werde ich da wirklich querfeldein einfach mal gucken, was meine Bibliothek so hergibt und einfach mal schauen, was sich so ergibt. Also ich bin da jetzt nicht nur auf ein Genre fokussiert. Vielleicht ändert sich auch das noch im Laufe der Zeit. Schauen wir einfach mal. Von daher habt Spaß, seid gespannt und bis dann. Eure Bora.